und 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 was sie stände gebaut etwas anderes muss unten immer lesen für wen das ist dass er das schild vorne vom stand ist quasi für wen das ist das ist aber fies nein nein überhaupt nicht das ist überhaupt nicht wahr aber also wenn Ruden nervt und sagt ich muss ankommen das stimmt gar nicht ok ja das stimmt nicht weil ich dich kaum nerv aber das andere stimmt schon mein gs wird ja nicht gelöscht ich hab ja nur noch das vip gs stimmt muss immer zuerst das schild vorne lesen damit Sinn macht oder damit man versteht was es heißt das ist 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 das das ist das wirklich gut das ist 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 das das ist das ist das ist ist das das ist das das ist das ist das ist das ist das ist das das ist das ist das 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 ist das 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 ist das das ist Der ist mir den ganzen Tag hinterhergelaufen. Den ganzen Tag. Oh, voll traurig. Voll süß. War doch schon ein bisschen süß, ja. Herr Caro, du erkennst dich einfach. Und ich denk nur so, hä, was ist da? Caro. Sie denkt sich einfach, ich red nicht mit dir. Wer? Ich werd nicht angeschrieben von so nem Uns. Wer ist das? Wollten wir nicht in Uns? Das ist Krokettchen. Wollten wir. Ja, ich wollt dann Jan fragen, ob er zu uns kommt. Ja, wir gehen jetzt um Zeit für die Störung. Ja, sorry. Überhaupt nicht stimmt. Das war voll normal auf jeden Fall. In welchem Fälle gehen wir denn in dein oder in meinen? Äh, ich bin grad bei meinem. Oder bist du bei deinem? Ich muss deinen suchen. Ich hab deinen jetzt. Okay, ich geh zu meinem. Okay, ich geh zu meinem. User left your channel. Alter, was war das? Alles klar. Sind wir wieder unter uns? Manni, was hast du gemacht? Ich hab keine Ahnung, die kenn ich auch erst einmal. Oder, was heißt, kenn ich auch erst einmal? Ich hab sie auch nur erst einmal gehört. Ich hab sogar noch irgendeine Aufnahme von den beiden rumliegen. Die heißt sogar, die eine Aufnahme mit den zwei Mädchen da. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Die hat irgendwann mal Memo hergeschleppt, glaub ich. Zumindest war die mal bei Memo im TS, so wie jetzt. Alter. Bist du Missalini? Sowas hab ich ja noch nie erlebt. Die sind echt begeistert von dir. Anscheinend. Aber du hast doch einen Heiligenschein, also von dem her. Einen Heiligenschein? Ja. Wie kommst du denn da drauf? Na, den hast du einfach. Ich schick dir später das Bild dazu. Was? Was? Bild? Wie Bild? Jetzt bist du aufgegangen. Komm noch mal in den Ohren. Ich bin rausgeflogen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich bin hier im Lotro. Ja, tu mir mal mit deinem Lotro hier. Such die. Dann kann ich dir kein Lotro, äh, kein Lotro. Dann kann ich dir kein Heiligenscheinbild schicken. Warte. Oh. Die kommen jetzt nochmal. Haben wir's geschrieben oder was? Ja. Wo bist du denn? Messer. Ich kenne Klaro. Ein total dummes Wort, weil Klaro, Caro, hört sich noch behindert daran. Meine Rede. Hä? Ne, meine. An die? Ja. Meine Rede? Meine Rede? Mit wem spreche ich denn überhaupt? Mit Caro oder mit... Mit wem? Lissi. Lissi, okay. Lissi oder Lisa. Sie ist... Sie ist Bilder. Hey, Caro. Hey, Z1. Hey, Z1. Hey, das heißt, sie ist doch im Team. Ja, ist sie wieder im Team. Ja, super. Im Grunde wollten wir fragen, warum du nicht mehr im Team bist. Ich war zwei Jahre im Team. Ja, wir haben gerade darüber geredet, dass wir sowas gerne im Team hätten. Ja, so nett. So was? Das wird besser. So ein Ding. Oh, schön. Tut mir leid. Das war eigentlich nett gemeint. Oh Gott. Hast du es gerade gesagt, Caro? Ich hab gesagt, sowas im Team hätten. Ach Caro. Oh, du bist leid. Tut mir leid. Caro, du bist so dumm. Das hab ich nicht abgestritten. Somebody join your channel. Hallo, Jan. Hallo. Hallo, Hefe. Guck mal, wie da ist. Guck mal, wie da ist. Guck mal, wie da ist. Oh, Hefe. Hallo, Messer. Hallo, Messer. Hallo, Hefe. Hallo, Messer. Hallo, Hefe. Hallo, Messer. Hallo, Hefe. Hi, Messer. Alles gut? Ja. Und bei dir? Oh, schön. Kann sie nicht Moderator sein oder irgendwas Blaues? Ich will, dass sie mehr Rechte hat. Sie braucht mehr Rechte, Leute. Oh, sie weiß ja gar nicht, was ich für Rechte habe. Der hat alle Rechte. Ich will, dass sie Rechte hat. Hast du schon immer so ne hohe Stimme gehabt, Messer? Was? Sie ist im Stimmbruch. Ich bin so geboren worden, stell dir vor. Ja, ich hab irgendwie anders in der Erinnerung. Hä, ich find sie klingt richtig cool, Jan. Also ich hab einen neuen PC. Unter dem hört sich irgendwie mein Headset Stimme TS irgendwie anders an. Das könnte sein, ja. Ja. Ich sag aber nicht schlecht. Oh, dankeschön. Sie klingt perfekt. Ich bin Caro. Sie ist im Team. Ich wurde gerade eben angeschrien, Hefe. Angeschrien? Nee, angekreischt eher. Das waren wir nicht. Ja, das waren wir nicht. Nein, nein, nein. Das waren die beiden Mädels hier im Team. Ja, blickte Anzefone auf, wir müssen das sein. Hey, ich fühle mich richtig klein, Caro. Ich fühle mich zwölf Jahre alt oder so. Sagt man das so auf Deutsch? Nein, aber egal. Ich fühle mich als wäre ich zwölf. Ja. Nö, ich fach jetzt zwölf. Stimmt gar nicht, sie ist elf. Ich wurde beleidigt. Ich wurde als Watson beleidigt. Von wem? Von Watson? Ja, er hat gesagt, ich bin elf. Und Watson ist der einzige, der sich so vernünft wie elf. Fast jeder kennt Watson. Außer Messer. Und ich. Du kennst Watson nicht? Du kennst Watson nicht? Ja. Ich glaube gesehen habe ich ihn schon. Ihr habt ihn nicht. Ihr habt ihn nicht. Das ganze Team kennt ihn fast, oder? Jan? Ich glaube ich kenne ihn auch. Ich bin mir aber nicht sicher. Hallo. Hallo. Der Hefe wieder aus vierter Reihe. Oh, mir hat mich jemand vergessen. Hefe will im Kinderparadies abgeholt werden. Hefe ist dein Haus mittlerweile fertig. Meine, meine, meine Villa? Ja. Die ist wohl schön, die musstet ihr ja angucken. Du musstet ihr ja angucken. Die ist doch gegenüber der Straße. Ich wollte gerade sagen. Achso. Ich muss nur über die Straße gehen. Traurig. Ich komme gleich mal vorbei. No, Karo. Schön schon drin. Karo. Achso. Dann komme ich gleich vorbei, weil ich muss noch was sehen. Hier sind Schaf drin. Ja. Ja, was? Da ist ein paar Schafe drin. Jan? Ja? Karos Dackel ist nicht Karo. Nicht? Ne, Karos Dackel ist Ose. Ursaft. Hä? Nicht, wie er sowas verbirrende ist. Ich kann mich auch Karo nennen. Was ist los? Und dann verarschen wir Sapo. Was ist los? Übrigens, wurdest du eben bei Sapo in den Channel gezogen. Da war ich auch schon drin. Ja. Ne, oder Ursaft war das. Achso. Ursaft wurde eben zu Sapo, oder das ist jetzt schon eine Stunde her oder so. Ja. 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 Ja, ja. Ein alter Schenken. Hallo. Oh mein Gott. Siehst du mich? Achso, ich hab meinen alten Skin noch drin. Also nicht den alten, sondern den Halloween Skin. Du musst doch tot sein, wer ist aus dem Blut. Ja. Ne, tot ist ja wer anders. Mein Todi, wo ist der überhaupt? Der ist vorhin offline gegangen. Oh, ich hab das gar nicht mitbekommen. Der war vorhin hier. Oh Mann. Mein Todi. Oh mein Gotti. Oh mein Gotti. Äh, was wollte ich denn jetzt? Mal schon gucken. Ich hab's schon mal gesehen, ist mir grad eben eingefallen. Ich hab's mir schon mal vor zwei Wochen oder so eingeguckt. Sie war einfach vor zwei Wochen hier und ich war nicht hier. Was ist los? Ich bin ja regelmäßig zwischendurch. Das ist regelmäßig. Einmal im Monat. Einmal im Monat. Okay. Regelmäßig. Ja. Sehr regelmäßig. Oh. We are porking some more on the server. Please try again later. Jan. Ja. Möchtest du mich DP'n? Möchte ich was? Von mir aus? Wir können nicht. Ich logge. Ich logge. Ich ändere noch kurz mein Skin. Okay, ich glaub dann bin ich Jan schneller. Oder. Andi. Hm? Angetreten. Machst du das bitte wieder weg. Aber sofort. Er muss noch kurz DP'n. Nein! Halt damit. Mach das wieder weg. Achso. Ich seh es gerade auch. Hey! Karo. Alter. Bist du gescheuert? Nein. Ja sag mal Karo. Was ist los? Danke. Au. Könntest du bitte das Fallloch, was du hier mal hingebaut hast, mal ordentlich bauen? Ich weiß nicht was du meinst. Das Fallloch, was du einfach ohne meine Erlaubnis gebaut hast. Karo ist ja voll den süßen Skin. Warte. So ein Schöpfchen hinten. Ich weiß nicht was du meinst. Hab ich dich angewispert? Nee. Scheiß drauf. Egal. Ich weiß nicht ob du wüsperst. Mach das. Jetzt hast du nur das Loch zugemacht. Das bringt's auch nicht. Ja logisch. Jetzt ist es dicht. Und was ist mit dem? Ja hier steht doch, hab ne kleine schnelle Fallgrube gebaut. Ja das muss auch bleiben. Okay. Hä das ist Messersgrundstück? Ist Markus sein Dreckhaus eigentlich immer noch da? Ja natürlich. Markus wohnt bei mir zur Untermiete. Markus ist XIA. Zur Untermiete. Okay. Der hat nen Witterkopf drin. Zwei Stück sogar. Bist du denn nicht da reingesetzt? Nee. Jan tippe Karo zu uns. Bitte. Ich würde da hinten reiten. Nein. Das ist zu anstrengend. Karo kann ich, soll ich oder? Ja ja. Du bist hier irgendwo, aber ich seh dich nicht. Ja ja leckt auch. Sie wohnt einfach hier. Richtig cool. Ja. Irgendwo muss ich wo. Okay. Ob doch los. Wie Markus. Warte. Wo ist der genau? Wir sind beim Messer. Ah ich wohnte. Nell da hinten ist der Leuchtturm. Nell ist ein Messer. Ich weiß ich verstehe. Ja. Lello dein Leuchtturm ist richtig cool. Danke. Hä wo ist Andys Leuchtturm? Hast du die Schafe gefüttert? Gefüttert? Ja. Wieso? Weil das schon wieder so viele sind. Ne ist schon ne Zettel her. Ich hab da schon lange gelegt. Ich glaub die sind da unten Karo. Ohne dein Biegen ist schnell. Obwohl kann auch meiner sein. Schnelligkeit. Oh. Oh. Hä? 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 Ich kann nicht reingucken. Das Lagersystem ist richtig cool. Das ist schön. Ja das sieht richtig cool aus. Ja hör auf es tut uns leid. Was ist das? Ich komm wieder keine Frage. Bis die Tage. Wir wohnen fientiell. Hä? Ich komm wieder das erinnert mich nicht. Ich komm morgen. Stimmt ich bin Wanish. Das sagt mir sogar mein Scoreboard. Ne Tamale. Ne Tamale. Ne Tamale habe ich aber schon mal gesehen. Ne Tamale. Langeweile. Das ist aber schon älter glaub ich ne. Hallo. Ich weiß jetzt nicht ob das positiv oder negativ ist. Ich denke eher negativ. Ich denke eher negativ. Ich denke auch eher negativ. Guck hier ist ein Kackhaus. Ey. Hey das ist fast so schön wie meins. Hier wohnt Xia. Das ist Kackhaus. Das ist wunderschön. Der Jan meint zwar schöner. Hä? Es geht noch mehr rund. Ja deins war schöner. Meins war viel schöner. Karo. Komm runter. Erstaunen. Erstmal Herzinfarkt. Zweifache Wiederbelebung. Nochmal Herzinfarkt. Oh Tiere. Die sind wohl ganz nach Rolle drin ne. Aber ist das 50 auf 50? Ja. Genau das haben wir über Jan gefragt die ganze Zeit. Wirkt einfach riesig. Das hier funktioniert ne. Heuer ist das auch so groß. Ja aber irgendwie. Die bauen alles zu. Ah. Ja da Hoden das sieht echt merkwürdig aus mit diesem Farbkram da drüber. Mit dem Pirates. Das sieht leicht weiblich aus. Ja das hab ich auch gedacht. Passt irgendwie gar nicht zu dem Master Chief. Das so hab ich's noch gar nicht angeschaut. Bei mir steht's noch gar nicht da. So ich warte warte bleib mal stehen. Bleib mal so stehen. Genau mach mal Bild und check mir mal. Achso vielleicht soll man F1 aufmachen. Ich will rosa haben. Wie früher. Moment jetzt hab ich. Nein jetzt. Falsch. Die Taste. Du kannst doch mit dem Handy fotografieren. Hä. Ja das ne. Was passiert hier ist Babs? Könnte sein. Ne. Kann nicht sein. Bei mir steht grad. Das tut mir nicht an. Okay. Dann hat. Weiß ich nicht. Upsala. Kann sein. Weiß ich nicht. Was passiert wenn ich da die Schalter betätige irgendwie passiert? Kannst du eh nicht. Doch das kann ich. Hier ist keine Fläche. Nicht wieder in Public schreiben. Ich war fast schon wieder dabei. Ja Caro dann farmst du ab. So. Nein. Ich bin unten. Und ich drück wieder in den Schalter. Und passiert nicht. Hä wieso antwortet mir eine Falsch. Noa das ist Jan. Ich bekomme Blumen. Ah bekommt man daraus Blumen. Oh sorry ich hab die Blumen weggenommen. Nein ich hab mich still erinnern. Noch ne Weißen Farm. Danke. Hä was ist das? Ich hab das Gefühl ich könnte vielleicht sogar mit dem Touch-Effekt mit dem Shader spielen. Hä das verstehe. Hä das verstehe. Ah hier. Die erste funktioniert. Die hab ich mal mit dir gebaut ne. Ja die hast du mir geholfen ja. Das war ziemliche Plaggarbeit die richtig hinzukriegen. Ja das Problem ist weil unten drunter ausgehoben wurde funktionieren zwei oder drei nicht mehr. Wie? Müsst du da eigentlich ja. Guck mal hier hier unten runter. Oh nein oder? Guck mal hier. Ja genau da runter. Äh 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 ja. Wer war denn da so. Wer war denn da so. Achso. Ah ich war. Ach Gott okay. Das passiert wenn man die Redstone Scheiße nicht auf. Schau ruhig. Ähm. Ähm. Sag nichts Falsches. Sehr ruhig. Ähm. 25. Nee. Jünger. Ähm. Ähm. Nee 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 warte warte warte. Ähm. Ich glaub ich hab's mir irgendwo ins Handy geschrieben. Warte. So altest du nicht. Nicht okay 27. Nee so altest du auch nicht. Bist du älter wie Xia oder eher nicht? 20. Warte bist du älter wie Xia? Nein. Nein. Xia ist noch alt. Bist du jünger als Memo? Es wurde schon gesagt also. 24 dachte ich oder? 25. Oh. Oh. Erste Gedanke ist doch richtig. Erste Gedanke ist doch richtig. Was sind da oben Timonia? Nicht mehr Käse. Farhaut. Er ist älter wie du oder? Als Caro. Als du. Als du. Als wie du. Als wie du. Ich kann nicht. Äh. Was macht das Ding? Äh. Da fragt mich ein entweder Fake Ursaft oder richtiger Ursaft. Kannst du Ursaft ziehen? Der heißt gerade Karos Dackel und ist irgendwo über uns. Ja. Eigentlich dachte ich. Ja nein das bin ich. Also ich bin der Fake Ursaft. Und du sollst Ursaft ziehen. Achso. Ich bin richtig Ursaft. Oh Gott ist das verwirrend. Das war vorhin auch schlimmer. Kann mir jemand erklären wie das hier funktioniert? Das will ich auch haben. Das gefällt mir. Da ist einer Hallo. Ja hallo. Warte. Gleich wieder da. Wo ist denn der? Ok. In Korkette 12. Da ist das doch. Anti 11. Und irgendwie wie das funktioniert. Kenn ich mich nicht damit aus. Wieso? Ja du musst Bilder. Du musst das können. Du musst das können. Du bist. Du kannst das nicht bilden als YouTuber. Du musst gar nichts können. Warte. Das funktioniert hier. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht. Guck mal. Wie? Wie? Hier nicht. Aber guck mal. Das darfst du nicht sparen. Das ist bugusing. Wie? Also. Das steht zwar da unten bei mir. Aber das darf man nicht bauen. Mal guck mal. So kriegt man mehr so ein Boom. Oh. Wie funktioniert das? Das ist einfach ganz simpel. Du hast. Du gibst einmal ein Signal auf diesen. Mit diesem Schalter hier drauf. Normalerweise fehlt hier noch ein. Da fehlt sogar noch was. Deswegen. Geht das nicht mehr. Hä? Ich baue einfach. Ich fahre einfach bei. Messer. Erklären kann ich doch oder? Ja. Los. Ja genau. Du. 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 Ich muss aber mal ganz kurz AFK gehen. Bis gleich. Bis dann. Anwesend? Anwesend? Hä? Was ist los? Das baue ich mir jetzt auch mit Blumen. Das ist richtig cool. Ich hätte gerne so eine Sonnenblumenfarm. Aber da brauchen wir voll viel Bornmehl. Äh. Knochenmehl, ne? Ja, ja. Ich habe so viel in der Farmwelt. Du verstehst? Hm. Soll ich wieder hoch? Moment, kann ich denn nicht MTS es eigentlich auch YouTuber geben? Was? Ich glaube, ne? Ich geh wieder hoch. Bringt dir nicht viel, aber ist besser als normaler Besucher. Warte, wo hoch? MTS oder? Ja, ja. Ich meine, bist du ja. Geh in deinen Channel. Und was? Was ist denn? Der ist schon weg. Geil. Ne, ich habe den gerade irgendwo gesehen. Da. Krustackel. Kokrete, die Melika und Let's Go Crafter. Wenn da sowas gegenseitig wird, dann gekifft. Ich kenne das Passwort von da nicht. Mh. Dann muss ich wohl mit euch bleiben. Na gut. So richtig böse. Ja.